Nimm deinen Schatz an der Hand und statt nauf auf die Bank, nauf, nauf auf die Bank, nauf, nauf auf die Bank, ey! So, jetzt wären wir beim Thema nauf auf die Bank. Wie schaut das aus? Kommt man auf oder nicht da? Ja, letztes Jahr war ja in der Zeitung groß gestanden, los im Allverbot. War natürlich völliger Schmarrer. Wir haben ganz normal mit dem Zeltwirt telefoniert und haben gefragt, ob wir vier Minuten ein Video drehen dürfen. Dann hat er gesagt, wär ihm nicht so recht. Das war's eigentlich schon. Und ja, mei, es ist halt ein Sicherheitsrisiko, heißt es offiziell, aber ... Ich mein, wenn man Hocker bleibt, ist das auch gefährlich. Ja, kriegst du ein Glas ins Gesicht, einen Ellenbogen oder was weiß ich. Das passiert im Stehen ja nicht. Das ist ja so. Und darum machen wir das halt. Wir singen es ja bloß und wir waren auch noch nie drauf gestanden. Nein, ich war noch nie drauf gestanden. Mir gefällt das nicht. Nein, ich stell mich nicht auf die Bank drauf.